Brandgeschossen sind hier diesmal Da kommt er Hey, jetzt kommt auf einmal ein Char-Char Ja, ne? Boah, was? Meiner. Danke Ich konnte nichts machen Ja War mir eben schon so ein bisschen klein Geil, heili, heili machen Ja, mach das Boah, wir haben bisher gleich durch Hier war vorher auch ein Defi Haha Irgendwie Irgendwie passt hier was nicht Muss mein Verbandzeug wieder mit Wäre, wäre auf jeden Fall Taktisch sinnvoll, links durchs Haus, dann gegenüber Na ja Findest du? Ja Das sieht gut aus Die wär doch an Hast du das nicht mitbekommen? Ne, die gehört aus Was ich nicht verstehe, warum nehme ich einfach ein Auto? Keine Ahnung Oh, ist wieder kein Mensch So, die Brand-Munition behalte ich Ach ja Guten Tag Oh, Brand-Munition Aber ich hab noch Hier ist ein Defi Ja, warte mal, den nehme ich auf jeden Fall Ja, ist klar Ich schieße auf den und Bom Ne, krieg das So Wieso nicht Ich hab zum Weißt du, was ich mache? Hm? Bin am Überlegen Was ist das denn hier für eine? Das Ne, komm ich nehme die Ach ja So, ähm Dass ich mich da oben irgendwo hinsetze Oder oben auf eine Kante Und falls mehr kommt Dass ich von hinten schon abknalle Dass zumindest nicht alle sterben auf diesem Punkt da vorne Ist ja auch ein bisschen blöd, oder? Findest du? Ich stell mich mal irgendwo hier hin Ach, Kopfjuck Oh, Katzen Oh, Katzen Oh, Katzen So, hol die Fähre Ja? Gut Mhm Vielleicht kommen sie alle Da hinten Warte Das ist was geiles Das hier NEIN Was ist das? Oh Warte Ja Ja Jawoll So muss es laufen Ja Diesmal müssen wir das auch schaffen Wo ist der Char-Char? Ach, ich hab Juki getötet eben Einfach mal draufgeschossen auf ein Feuer Ja, ich seh's gerade Alter NEIN Smoker Alter, wo war der denn? Und Splitter hab ich auch noch hier Ich geh aber voll was von drauf Scheiße Ja, macht nix Hier wär's weg Boah, der stand ja voll weit weg Da kommen jetzt noch mehr Helfen wir die da oben? Ja, ja, die helfen mir Alles klar Alles gut Ausnahmsweise tun sie mal ihre Pflicht Nein Ja, komm mal runter Die Pferde ist da gleich Ich weiß, ich komm aber nicht weg hier Oh Nein, 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 nein Ich geh mir jetzt fest Warte wir Oh, ey, warum hab ich schon wieder nen Jockey? Ich weiß das nicht Jetzt bin ich tot Ja Ja Ja, ich hatte schon wieder nen Jockey drauf gehabt Weil du müsste, glaub ich, irgendwo ein Defi vor mir liegen, oder? Ich weiß das nicht Guck mal eben Wo da? Da liegt er Jawoll Sieh, dafür ist der Defi immer gut Und jetzt komm zum Boot Schnell Äh Ich brauch ne Waffe Ich komm ja schon Nein, warte Hier fällt irgendwo ne zweite Waffe egal Ja, ich komm schon Ich komm ja schon Nein Gott sei Dank hat mir Defi dabei Ja So, jetzt ist das Gebettel zu Ende, aber da hinten sehe ich schon wieder Zombies Hast du eigentlich Schaden davon? Wovon? Wenn ich die Schlage Ich hab mich zu hauen Ne, passiert nichts Oh ja, ich kenn mich aus mit Dingen Oh ja, ich kenn mich aus mit Dingen Was? Wird die DIN erwischt? Wollt sie nicht Von hinten her Aber so hat man getroffen Oh mann du Arsch So ein Pisser Ja, der ist schon nicht Ja, der ist schon nicht Eck, ja Boah, wo ist der Splitter Ist schon tot Aber ist geil Ich schieße Ich schieße und die kriegt immer das. Ja, das schaffen die irgendwie komischerweise immer. Warte mal, ich halte mich mal ganz kurz. Ja, mach das ruhig. Boah, wir müssen aber noch weiter unbedingt. Ja, ich hoffe, wenn wir hier sitzen bleiben, da kommen zu viele Zombies. BANDANA PHONE! Einfach laufen! Okay. Nein! Ach! Warum hast du hier jetzt eine Fahne ausgehoben? Weiß ich nicht. Ich falle halt darum. Ich bin der Koch. Ich schieße einfach in die Mengen. Ich bin der Chef. Ich bin der Chef-Coach. Hahaha. Der Sound, ey. Ist klar. Immer diese Wortwitze. Mhm. Wow, da kommt jemand, ne? Wo? Hast du gehört? Ja, Cha-Cha. Boah, Tank. Boah, Tank. Ich glaub, da ist den... die baum gerannt. Na? Ne? Na, na? Na. Na, na? Na? Na, na? Na? Hallo! Na? Na? Paa! Na? Na? ja ich muss nachladen und dann kommt ja habe ich gesehen oder konnte mehr ich könnte kotzen aber wenig schmerzmittel geben die nämlich alles selber oder verrecken was braucht der schmerzmittel frage ich mich gar das feeling ja das war da er wird auf jeden fall für große leute sein und hier habe ich noch eine schöne aktionarkampf durch die krokodile habe ich mal bock drauf ja geht am schnellsten so nicht also kann man damit große leute natzen das ist schon so ein schaden ne jup was hat den nämlich mit den hatte ich eben gehabt ja nimm doch medipack oder so hat oh geil sprengladung auf dem granatwerfer nirgends wo ist ein medipack der kommt nur hoch und schon ist er tot so wir sollten eigentlich direkt weitergehen und nicht anhalten wäre sinnvoll ich werde fast runtergefallen warum sollen warum soll ich nick adrenalin geben schell hat nick geschützt okay jawoll sniper werde ich definitiv nehmen die grenze ich weiß es nicht so einfach geht das nur dass wir einfach mal weiter rennen ja macht ruhig was kommt da ouch das ging ja schnell warte mal heil erhalte ich euch jetzt bin ich aber überlegen komm ich nehme das sniper mit obwohl der granaten hat der naranatwärter was geil ich lass den jetzt einfach ja obwohl er noch 23 schuss hat so wie weit seit nicht die krokodile füttern doch mit zombies und wir müssen hier lang ja warte mal sind die wiki krokodile schade glaube ich nicht die zombies haben die bestimmt auch gefressen schon nein 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 ja wer kriegt das natürlich der rutsche und ich bin ja von hinten angeschossen kann nur nix sein der vogel so geht das mit dem smoker schmerzlos jeder rennt mir vor die waffe nein nicht nicht adrenalin geben das gebe ich mir lieber selber das war das immer das ding so dass man das schmerzmittel jockey getötet ja ich schieße auch hin und er kriegt ihn natürlich so nix neues scheiß ist doch nichts neues ja ich weiß nicht schmerzmittel geben jetzt könnte ich mittlerweile gehen aber warum ja nicht schließt man auf mich schutzraum dann wir uns geschafft am längsten also diese munition kann ich wieder aufgeladen werden bei dem granatwerf ok ja 91 wieso nicht ja nicht der schießt ja auch auf uns kann es sein er kann man beide gleich gehabt ich habe doch ein bisschen mehr gemacht naja